So, da bin ich wieder. So, ich hoffe, jetzt habe ich alles ein bisschen im Griff. Bin ich sauer? Ich mache Kulissen kaputt. Was ist das? Ah, klasse. Ein Speicherpunkt, der absolut unnütz ist. Am Glück wird das Speichersystem im zweiten Teil überarbeitet. Ja, es gibt einen zweiten Teil, den werde ich auch nicht planen, falls ihr es noch nicht wisst. Ein Glück kann ich hier meine Schagen ausrüsten. Ihr bereitet sich die Geister vor, wie die Zwerge spielen, Herr Kulissen. Ihr würdet mir nicht vielleicht ein Autogramm besorgen, Herr Kulissen. Autogramm? Vergiss es. Ah, ich hätte ja eigentlich einen Schergenzauber benutzen können, um meine Schergen ein bisschen zu stärken gegen diese Geister. Ach, was soll's. Ja. Zeit, zeitgute, zeitgleich. Man kommt hier nämlich nur durch, verdammt. Wenn der zweite Akt aufgerufen wird. Dann kann man quasi selber die Zwerge spielen. Ist das nicht geil? Aber jetzt räumen wir eben erstmal hier aus. Wo wir eh schon hier festsitzen. Können wir auch die Wild um uns schlagen. Okay, kommt zurück. So, und jetzt warten wir. Tun wir doch, oder? Ich will aufpassen, dass da keine Geister kommen. Ja, ja, bla bla bla. Mein Freund, lass uns zur Muttergöttin beten. Sie ist zwar eine kalte, gefühllose Dirne, die unserer Anbetung... Mann, was sind das für miese Schauspieler? Aber nur sie lauscht unsere Wehklagen und unsere Poesie. Zweiter Akt. Der Schreck, die hält einen im Dunkelwald. Zwerge, Zwerge! Und ich so, es ist wirklich Zwerge, ha, ha, ha. Ja. Mehrwähler. Jetzt müssen wir erst Bühnenbild verschieben. Und töten gleichzeitig mal alle Zwerge... äh, alle Elfen. Ha, ich spiele Goldo. Zwergenkönig. Ja, es ist mir schon klar. So, halt die Klappe. Ah, hier werden die Schauspieler vorbereitet. So kann ich auf keinen Fall aufdrehen. Seid ihr die Zweitbesetzung? Ja, für die Zwerge. Ich habe Könige gespielt. Könige! Das Stück muss weitergehen. Immer weiter. Immer weiter. Immer weiter. Ja, 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 die Elfen. Okay, jetzt müssen wir diese... Oh, ein Glück. Komm, tötet ihn. Na egal. Gehen wir wieder auf die Bühne. So, jetzt halt die Klappe. Jetzt müssen wir nämlich das Bühnenbild nochmal verschieben. So, kommt zurück. Jetzt müssen wir ganz gut... Gut. Kopf, 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 Kopf. Yep. Geschafft. Das ist richtig, richtig knapp. Also, da muss man ganz... ganz präzise arbeiten. Oh, das leckt gerade ein bisschen. Ich höre mir die... Ich höre mir die... Ich höre mir die Schmiedeform später. Die Gussform, meine ich. Jetzt ist er hoch. Jetzt können wir uns nochmal verschieben. Und ja, das ist alles nötig. Das muss man alles tun. Es gibt keinen anderen Weg. Und allein das alles von sich selber zu finden, wäre schon mal eine riesige Leistung. So, hier sind noch Pisten. Die Elfenrasse lebt friedlich in den Tiefen des Dunkelwaldes. Sie wird beschützt durch ihre unwürdige Gottheit, die Muttergöttin. So. Jetzt müssen wir eigentlich... Ja, wir sind da. Ich glaube, das könnte eure Glanzrolle wären, wenn es euch gelingt, das Ding zu reparieren. Hm, das war einer zu viel. Jetzt muss ich das Requisit reparieren. Klasse. Ich hoffe, ich bekomme dafür das nächste Mal die Hauptrolle. Ein roter und ein blauer. Das war jetzt heftig. Scheint die Kussform für einen Morgenstern zu sein. Ja, aber das ist wahrscheinlich die schmiesigste Waffe, die es diesen Raising Hell gibt. Also, mir gefällt die nicht. Okay. Hier von einem. Und hier von einem. So. Das reicht schon. Ihr könnt nun den Morgenstern des Verderbens schmieden, Meister. Ich habe schon lange keine Waffe des Verderbens mehr gesehen. Ein Kraftschlag mit dieser Waffe. Lässt eure Gegner dort ihr Lippe wirbeln. Ist quasi eigentlich nützlos, finde ich. So. Ich mache jetzt hier aber nochmal einen Schnitt. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter. Also. Bis dann. Vielen Dank.